Also herzlich willkommen zu Fahrgreihe4 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und der hat mich eben fieser Drecksack genannt. Wir müssen ihn endlich finden. Ja, hier. Zufrieden? Äh, wo muss ich ihn jetzt hin? Formiere dich neu mit dem goldenen Pfad. Da oben? Ich hätte gerne eine Weste. Naja, muss oben gehen. Was ist das hier? Halt. Jumas Tagebuch. Arbeit im Gedränge. Es ist einsam an der Spitze. An guten Tagen gibt es Feiern und Partys. Wo und mit wem auch immer man möchte. An schlechten Tagen sind es Taktikbesprechungen und Lageberichte. Egal wie, der König ist in seinem Element umgeben von Arbeitern und Anhängern. Viele würden das als Ablenkung empfinden. Aber wenn er eine königliche Eigenschaft schon immer besessen hat, dann die Klarheit seiner Vision in einem Meer aus Bauern. Sie wollen die Festung zurück? Wer zieht ab? Sie wollen die Festung zurück? Ich bin nicht am Arsch. Ich brauche einen Brick. Ich brauche das Leben lief von meinem Ausland. Wollen wir mal gucken vom Fuggen. Eins? Ah, ihr lenkt mich ab. Ich denke, es gelingt euch. Da ist noch irgendwas da drüben. Da. Bin ich hier ganz allein? Wo sind die anderen hin? Also, Leute. Alles muss man hier selbst machen. Ja, ich sehe nichts, aber ich sehe hier immer noch einen Angriff. Weiter kann ich nicht. Ich höre doch hier. Au. Hier ist noch irgendwo einer. Da ist einer mit dem Auto durchgekommen, oder was? Ach, das war der Letzte? Und dann schießt sie und ballert und trefft nicht? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das denn machen? Zerstöre. Ach, das war der Letzte. Ach, das war der Letzte. Ach, das war der Letzte. AJ, warum? Was hast du denn gegen meine Abbilder? All die Plakate der arme Eric Mandubel und jetzt das? Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold. Jetzt echt mal. Ganz im Ernst. Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric auf ihr Modell stehen musste? Nun ist es, wie es ist. Erstmal ist es fertig. Amita, das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Die königliche Garde greift an. Wir kommen so schnell es geht. Ich schnappe mir Pargan. Keine Musik? Ich habe sie nicht ausgemacht. Keine Musik. Da oben ist er. Da oben. Ich sage ja, der Kreis schließt sich. Ja, dann wollen wir mal hinschauen. Das ist das Schwergebiet. Das sind kaputte Autos. Hier waren wir ganz... Meine Fresse zu Beginn. Das ist zerstörte Statuen. Pargan, pargan. Das kann nicht richtig sein. Warte mal, ich schaue mal auf die Karte. Nee, ich bin richtig. Uh. Die Duxenkoller da auf dem Armaturenbrettchen. Der... Der königliche Palast. Na ja. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ziemlich ungepflegt sogar. Mal auf den Gebietsmühlen hier. Schön. Nein, ich gehe mal hier hoch. Konfrontiere Pargan. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass ich hier dann irgendwo was finde. Komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch im Moral erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach. Mit wem spreche ich? Dem Sohn, der die Arsche seiner Mutter verschollen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinem Werk mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich. Seid zivilisiert. Lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen. Du saßst hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah. Bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl hier. Nicht hört, der nicht behartete, sondern sich liebte den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, Schwamm drüber. Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst nicht erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter zusammen. Ich wollte jetzt nicht nochmal warten, wie weiß er war. Finn. Oh. Das ist vorbei. Jetzt bin ich traurig. Nein. Oh, wieder böse Musik, wieder böse Musik. Oh, das wird mir wieder das Genick brechen. So ein Mist. Aber ich kann, ich überspringe das mal. Das kann ich nicht riskieren. Ich glaube, eins von den Videos gleich zu Beginn, bisher. Ich habe ja noch nicht alle hochgeladen und freigeschaut. Spongan ist tot. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Hast du Lachmaner gefunden? Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Ist doch unwichtig. Nein. Du hast recht. Was zählt, ist Kürat gemeinsam wieder aufzubauen. Hm. Oh. Hola, Nachbar. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord- und Tonschlag mehr? Denkst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer... Es gibt noch was zu erledigen? Offene Rechnung? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Besser ist das. Dankeschön. Tja. Kann ich gehen? Ja. Was war's denn wohl? So, erstmal die blöde Waffe hier weg. Die stört ja nur. Wir haben's geschafft. Kann ich halt gehen? AJ, Hagan ist zwar tot, aber seine Festung Rathgard steht noch. Die Truppen dort sind ohne ihren Anführerrecht unorganisiert. Du solltest sofort einen Angriff starten, solange sie noch geschwächt sind. Wir haben noch Aufgaben. Die Festung ist geschwächt. Ja, die Festung einnehmen. Das ist gut. Dann bin ich nicht so enttäuscht. Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich werd mal... Oh, ich denk mal hier so. Das ist dicht genug. Aber wisst ihr was? Bevor ich das mache, ich blöd, Mann. Hohle ich mir die Weste. Und... Aua, was ist denn das hier? Manchmal ist das ein bisschen seltsam. Ich hab mir das Knie gestochen. Aua, aua. Und dann geht's hier hoch. Und... Oh, wo? Da. Naja, war ja ein bisschen was. Ich hab nix gebraucht. Kondition rüstbar nach. Ich denk mal, für die Übernahme der Festung kamen wir eigentlich fast die richtigen Waffe. Aber die Panzerfaust würde... Ich weiß nicht. Mein Scharfschützengewehr würde ich gern mitnehmen. Das war aber nicht das hier. Ach, du Kacke. Welches war das denn? Die hab ich beide noch nicht freigeschalten. Guck mal, die Bushmen und die Predator. AMR, war die das? Oder... Ne, mit Schalldämpfer war das keine. Oh, die hat doch so einen Rabatz gemacht. Warum's will? Wir setzen mal hier rauf. Kann man sich die nicht irgendwo anschauen? Da. Doch, das ist sie. Das ist sie. Das ist der Krawallmacher. Die nehm ich mal mit. Okay. Hä? Jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Was hab ich denn jetzt gemacht? Kann ich doch nicht freischalten. Viel verwirrt mich. So. Dann eine Schnellreise. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah. Da wollte ich hin. Ja, ihr seht, da sind noch viele Fragezeichen. Aber wie gesagt, da mach ich denn demnächst eine Twitch-Session. Starte ich einfach das mal und dann... Ja, das ist die richtige. Und wir hier. Die haben wir hier. Und die haben wir hier. Die nehm ich dann erstmal mit. Ein schönes Sturmgewehr. Wenn wir mal... Da war auch ein Fahrzeug. In die Marke setzen. Da ist der Weg jetzt. Ich hab doch hier eben ein Auto gesehen. Auto. Da oben. Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Eine Kiste irgendwo. Gibt's nicht, ne? Mit wie die. So. Auto. Mit Geschütz. Gut. Oh, wieder gut los. Wolltet ihr hier etwa angreifen? Ich guck nochmal, aber... Das war's wohl, ne? Ne, passt nicht. Sie wehren sich. Und wo wollt ihr denn noch hin? Der Kündig ist tot. Ja, ne ordentliche Gerichtsverhandlung. Ein Notruf an alle Kämpfer in der näheren Umgebung. Unser Aussenposten wird von der Royal Army überrannt. Und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich. Ich komm hier nicht vor, Bärz. Komm schnell! Ich komm hier nicht vor, Bärz. Ja, Leute. Das war mal massiver Angriff, wo kommen die alle noch her? Ich mein, das geht schon wieder weiter. So ist jetzt da, ist das geworden. Nur wegen dir konnten wir den Ausposten halten. Danke. Bitte. Ja, ich weiß, das ist nur symbolisch, das war jetzt nicht so viel. Ah, Munition ist voll. Ah, zu viel gewohnt. Ja, ich komm. Wo bist du, wo bist du? Her mit dem Kohle, der Kohle. Ist ja auch jetzt egal. Hast du ja ein Geschütz? Ja. Ich hab I gedrückt. Einmal reicht. Verstehe ich zwar wieder nicht, warum da Musik zu hören? Meine Sorge ist jetzt auch egal. Festung! 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 So. Muss natürlich auch richtig gut. So, weg hier. Ah. Ich werd da noch hinfahren. Ich denke mal, das wird ja etwas länger dauern. Ich weiß nicht, ob man das mit einer Folge schafft. Oder in dieser Folge noch schafft. Warte mal ganz kurz. Nee, es ist eigentlich alles in Festung. Die Festung fehlt nur noch. Ja, dann machen wir die jetzt nicht so. Dann haben wir da oben aber alles geschafft, was zu schaffen ist. Und dann sind noch die ganzen Sammelaufgaben logischerweise. Also diese blauen Dinge, die man dann dazu suchen kann. Bäutekisten. Noch diverse Missionen. Ja, das ist die Festung. Da ist ein Alarm. Oh ja. Kamerereignisse. Das ist aber weit weg, Leute. Ich soll jetzt hier eine Festung erobern. Ja, ich bin ein ganz scharfer Schütze. Wir haben mich aber nicht gesehen, ne? Ah, guck mal. Seht ihr die Leservisiere? Da sind ganz viele. Und da drüben wahrscheinlich. Ich gehe fort! Durch den Baum. Aus der Traum. Wir wechseln mal die Stücke. Und gehen wir ins Gebüsch. Da kommt wer. Was? Was? Wo muss ich jetzt nachschauen? Kann ich ja nicht gebraucht. Oh, wir haben uns in eurer Position. Diese ist auf dem Weg. Wir kommen von Süden! Au! Wir kommen von Süden! Wir kommen von Süden! Wir kommen von Süden! ich kann nichts machen weil sie ausgesponnen hat so was ein schöner angriff versaut er kam die von der anderen seite hier aber dran schleichen ist hier nicht aber ich könnte das ein bisschen verminen jetzt sieht mich ja hier keiner waren auf null das wäre noch eine idee dann halte ich mir den rücken ein bisschen frei das war es schon das wollte ich gar nicht rein hier alles nur noch das ist schlimm Meinst du? So sorry, dass ich so ruhig bin. Ich suche die Lutzabe! Das reicht. Die ist noch da. Wo ist denn der? Wo kommen die denn noch her? Ich höre doch hier was. Oh, ich muss kriegen. Hier hinten sind auch noch zwei. Ich suche noch nebenbei ein bisschen. Ah, ich fülle sie ruhig. Julio! Aber wo sind die denn diese Kacka? Ich nehme mal die jetzt. Die ist nachgeladen. Irgendwo ist hier noch einer. Das war er. Ja, ist ein bisschen länger geworden. Aber das wollte ich noch machen hier in der Aufnahme. Nicht noch eine extra Folge. War zwar ein bisschen holprig, stolprig und leise. Aber egal. Wir haben es geschafft. Wir haben ja auch noch ordentlich Missionen. Guckt mal, hier ist eine Geiselbefreiung, wenn ich mich nicht irre. Hallo. So. Ich verdanke dir mein Leben. Kyra segne dich. Hier in dem Raum. Da ist es. Ja, das machen wir in der nächsten Folge dann. Oder in der nächsten Aufnahme. Die Ripper haben wir. Mal schauen. Das mach ich mal schnell. Gut, das gucken wir uns nochmal an. Die Schredder. Schredder. Ripper. 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 Rebell. Bull. Das ist keine einzigartige. Da ist sie. Was ist das denn? Angepasstes Kitt. Wabe. Zweihändig. Ein LMG. Genauigkeit. Schaden. Reichweite. Schussfrequenz. Sehr hoch. Du kannst den Aufsatz dieser Waffe nicht wechseln. Mit größerer Reichweite. Genauigkeit. Durchschnittshaft. Bei geringem Rückstoß. Vergrößerten Magazinen. Die beste Waffe, um einen Krieg zu gewinnen. Oh, die holen wir uns natürlich, ne? Aufgehaufen. Ja. Die nehmen wir dann mal hierfür. Ja. Dann schauen wir mal, wie sie sich macht. Achso. Oh, ich müsste hier noch ein bisschen Muni holen, glaube ich. Und ein Panzer. Und Schützenhilfe. Ich habe doch sechsmal, zweimal Schützenhilfe angefordert. Naja. Ja. Ja, 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 ja. Wir müssen auf jeden Fall noch Folgen machen. Es ist ja hier noch genug zu tun, wie gesagt. Und ich werde wahrscheinlich dann hier mit dieser anfangen. Wenn, ähm, wenn ich diese Twitch-Geschichte mache, dann will ich mich hier ran machen. Dann wird hier alles beguckt. Und dann so ein Ding besorgen. Die ganzen Geheimorte. Bewaffnete Eskorte. Da ist noch so viel zu machen. Starken Kaffee und dann geht das los. Vielleicht muss ich auch zwei Session machen, um das noch zu schaffen. Keine Ahnung. Aber ich möchte hier nicht viel übrig lassen. Also diese Kyrat-Fession mache ich auf jeden Fall. Die Bombenentschärfung, Nachschub für den Goldenen Pfad, weiß ich nicht. Diese Rennen weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist noch ein Pagan Zorn. Da ist nichts mehr mit Pagan Zorn. Pagan hat sich ausgezornt. Da ist hier königliche Palast. Da oben. Die königliche Festung. Ja. Alles erobert. Gut. Denn vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja dann bei dieser Streaming-Geschichte. Wird mich freuen. Also, bis dann. Tschüss. Und schade, dass es vorbei ist. Hört noch länger gehen können. Hört noch mehr gehen können. Dann kommt es dann Ubisoft wieder